Willkommen zur neuen Minecraft Folge. Wir zocken jetzt zusammen ein bisschen in unserer Minecraft Projekt Welt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wie er einfach ein Bootcheat macht und an mir vorbeizieht. War ich schnell? Du warst richtig schnell, Junge. Ich dachte so, ich lauf hinterher, aber dann dachte so, nee. Aber irgendwie sind wir auch ein bisschen falsch, oder? Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Was ist dann hier falsch überhaupt? Keine Ahnung, ich bin wieder bei 100.000 minus beim ersten. Achso. Das ist indeed ein bisschen falsch, ja. Ah! Vielleicht soll ich mir ein bisschen ankommen? Junge, jetzt springe ich über einen Berg. Ich baue mich hier gleich durch, Junge. Hat so die Tri-Harder-Zunge draußen gehabt. Geil. Ja, komm. Ja, eben noch falsch gelaufen. Der ist fast da, macht Sinn. Was war die zweite Zahl, Minus? 80, ne? 80, ne? Komm. Nein, jetzt holst du mich ein, Alter. Ich bin fast gestorben, Alter. Ja, das ist egal, du holst mich fast ein. Bist du schon da, oder? Nee. Boah, man kann dir gar nichts glauben, ne? Ich schwöre. Junge, dann überleg doch mal, wie soll ich schon da sein? Ja, mit Brot? Ja, es ist ja auch die ganze Zeit Eis auf dem Boden, tausende Glöcke. Ja, ja. Ja, ey. Schau mal, ey. Ich bin schon da und mach dich. Ich hab in diesen zwei Stunden, die wir jetzt spielen, eigentlich nur Schneebiom gesehen. Also Schneewald, der richtig triggert. Creeper! Halt ihn auf, Creeper! Ich hab ihn geschickt! Noch ein Creeper. Bessbäume, versperr mir den Weg, ich komm nicht durch. Hm. Schnecken. Geil. Nicht geil? Oh, oh. Fett, bei wie viel ist er? F***. Wer zuerst, wer als letzter nach Hause kommt, muss diesen Chip essen. Was? Was läuft denn bei dir falsch? Wieso? So? Der übertrefft ja komplett. Boah, jetzt hab ich Stress. Oh, ne. Oh, ne. Ah. Ich bin in einem Sumpfbüro. Ich hoffe, du kommst auch hier an, wo ich grad bin, dann hast du sowas von Stress. Oh mein Gott, was? Ey, Jakob. Was geht, Mann? Das ist Kacke. Junge, ich bin da, grad, wo du warst, glaub ich. Wo war ich dann? Weiß nicht. Auf jeden Fall, ganz viele Skelett-Männer haben mich abgeteilt. Vielleicht sagt ihr ehrlich, nicht mal viel, ne? Wieder ein bisschen falsch. Ich hab Joey. Dias? Ja? Wo ist mein Wasser? Was? Wo ist mein Wasser? Dias? Dias? Was? Dias, ich sterbe. Nein. Ja, wenn's so laggt, was soll ich machen, ne? Dias! Mir ist egal, ich stirb, ich bin erster da. Ich hab alles, was wichtig war, genommen, ne? Wollte ich nur sagen. Ich hab auch Diamonds und Smart. Ich hab mehr gefunden, dann. Das scheiße jetzt, ne? Lass mich mal durch, du Krenz. Bruder, was ist denn das für ein Ding? Komm nicht durch. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ei. Als ob. Ei. Dias, jetzt hab ich Richtung. Du hast dich Probleme, ne? Ei, was denn? Ich bin jetzt in ne dumme Hülde gefallen. Wie komm ich hier aus? Stop. Hab ich dein... Wie, wie denn? Ich muss, ich muss den Schwimmer machen. Ich bin ein Delphin. Was soll ich dir sagen? Du wirst zuerst da sein. Ah! Aber nicht wegen Skill, sondern wegen Glück. Ich bin nicht weg. Junge Steffen, wenn ich da bin, du wartest so, Junge. Nein, ich bin wirklich weit weg. I'm coming home. I'm coming home. Ich musste über so ein... Tell the world, um... Ich bin einfach da als erstes. Viel Spaß bei dem Chip. Einfach ganz und nach durchgelaufen. Du hast ja nicht eingeblendet. Ah nooo, jetzt kommt der so Hätte ich genommen wie eine 1 Hey Rahman Rahman Das ist richtig ehrenlos gerade Ah Macht sich creative mode Fliegt hier rum damit er gewinnt Ich bin fast gestorben Ja zu recht Hacker, Cheater, Dreck Was soll man sagen Erstmal Bett platzieren Ich dachte gerade, ich muss noch Noch ein letztes Mal durch Schneebiom Nein, nein, nein Habe ich irgendeinen Knochen? Junge, Alter, holy shit Hättest du den Berg gesehen, wo ich irgendwie Hochkommen musste, das war... Junge, ich verstehe aber nicht wie Ja, du bist einmal falsch abgeboren Und es hat dich gerettet Junge, ich bin so geschwommen Ich bin dies, das, Junge, Alter Junge, ich bin gerade so glücklich, wieder zuhause zu sein Bin ich dir ganz ehrlich Rahman Jetzt bin ich erst beim Sumpf, ne? Doch, der Berg war... Ja, ich lass los Der Berg hat alles zerstört, Dias Kann ich leider nicht Ich bin auch gleich offline Ja, mir geht's sehr gut, muss ich sagen Ich mach gleich irgendwas mit Guido was Nettes Irgendwie was, Bierchen trinken oder so Ein bisschen mit Rico zocken, macht immer Spaß Ich hab ihn grad gewonnen Und das waren so die Highlights des Tages, ne? Würde ich sagen Wir haben so viel erlebt hier Wir haben so krasse Sachen gesehen Gerade heute Werden sie alles auf TikTok und sowas sehen Danke für ihren Support auf Instagram Habe ich alles gesehen Und dann, ne? Oi, der spuckt mich an Rico, weißt du was eigentlich frech ist? Warum sind unsere Freunde nur bei dir? Die bei Ramon war eben bei dir Bei mir hat er nichts geschrieben Ich hab die ganze Zeit gefragt Wo ist er, wo ist er, keiner hilft Einfach alles verrät, ich sag's dir Du hast doch gesagt, hi Ramon Weil er bei dir war Nein Doch Er ist jetzt gerade bei mir, was laberst du? Ne, ne, er war noch nicht bei mir Da meinte ich nicht Ramon, Ramon Meinte ich will anders Bei mir war noch keiner Hast du noch einen anderen Ramon? Achso, ups Ach ja, stimmt, da war ja was Er hat ja Applaus gemacht Ach, ähm Geh mal Ich glaub das alles nicht Der will den Drachen machen mit mir, ne? Junge, mir ist scheißegal Ich war als erstes hier Könntest du sagen, was du möchtest? Ja, geh mal direkt jetzt irgendwie Was sinnvolles machen dann Ich hab noch drei Minuten, Junge Ich geh jetzt hier erstmal entspannt chillen Und dann Geh ich auf Klo groß Und geh dann erstmal Ja, aber beide, beide Streams offen Hm Aber chatet nur bei mir Ja Weil du ihn nervst mit dem Geld Achso Was soll ich tun, Digga? Mein Leben ist hart Gehalt kommt nicht, ich weiß Boah Hast du das gesehen, Ramon? Gehalter soll ich gucken? 21 Ich hoffe, Digga ist auch super gut Falls du noch da bist Ja Ja, Gehalt ist doch sehr geil Boah, Junge, 650 Euro Boah Oh, weiß ich echt fucker Ah, Mann, Alter Holy Shit Einfach Mallorca Geld wieder reingeholt Mein Löwe, mein Ja, mal Rico, wie viel wir auf Mallorca ausgegeben haben War unnormal, ne? Aber eigentlich auch geil Ich kann einen Bannon Junge, ich hab dir gesagt Du sollst Creeperlöcher zu machen Oh, guck mal wer da kommt Hier, nimm ein bisschen Essen Er ist noch tötet, weil er jetzt erst vorbeikommt Rico, wo warst du, he? Nein, ich hab letztens schon dein Loch gemacht Junge, ich hab Speed Schuhe an Was hab ich nicht? Was hast du? Ich wollte so tun, als hätte ich Speed Schuhe Haben wir jetzt eigentlich Drecksbäume, dass wir unser Dach reparieren können? Ne, ne? Guck mal, wie er da läuft, der Süße Ja, sie machen das ja sehr gut Ich kill dich jetzt, ne? Denkst du keinen shoppen, oder was, ja? Ich bin kein Mörder Hallo! Hallo, was, hallo? Hallo! Ich bin tot, ich bin tot, ja Wir müssen... Du bist so hängen geblieben, ne? Weißt du, wo ich jetzt spawne? Oh! Oh! Dann ho, stop breathin' Ohhh! Oh! Stop breathin' euch jan Oh! 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 V Em, V em, V em, V em, X, mache ich an, ah! Er ist noch ein? Ich bin해, sind auch ein Few-icever-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z'z-z-z-z-z-z. Kannst du dich nicht zu meinem Porten, du hast auch Rechte. Hab ich? Ja, OP-Rechte eigentlich. Wie Porte ich mich? Weiß ich auch nicht. Erstmal irgendwie Warp oder so? Ich probier jetzt so, ja. Warte, ich hab ja geschlafen, sonst kill mich, warte. Oh, ja, hier. Jo, die hast meine Level. Könnte sagen, die hab ich eingesammelt. Weil hast du nicht, das gehen welche verloren. Oh, Scheiß. Ich geh jetzt. Level-Farm. Warte. Willst du das so nahe machen, das macht doch so Drecksgeräusche. Ja, jetzt eh zu spät, wir haben keine Diop-Gigs. Wann? Ja, warum haben wir keine mehr? Würde ich mich jetzt grad einfach mal fragen. Und? Warte mal, ich muss den Block wieder nehmen. Jetzt mach ich. Jetzt mach ich. Boah, das ist jetzt kein schönes Portal. Wow. Warum klappt das nicht, hä? Kann ich durchgehen? Oh, Rico, wie funktioniert das? Mann, ich sag ihm das... Ey, mit dir... Junge, das ist unglaublich, bist du. Hör mich doch an die Satierung. Ey, Rico. Ich wünschte mir, du hättest Scam an, Johann. Sowieso. Ja. Oh, das ist auch so hässlich. Junge, diese... Aber ich sterbe, Junge! Oh, ein Leben, Junge. Hab mal Respekt, Junge! Wollte cool sein, aber ich hab nicht mal geschlagen. Okay, wollen wir jetzt zusammen etwa machen oder was? Aber ich muss jetzt eigentlich los. Rico, eigentlich wär das was für morgen, ne? Bin ich dir ganz ehrlich. Ja, wir machen morgen hier... Das ist Abenteuer und wir starten mal morgen. Aber wir haben nicht mal Diamanten, wir haben gar nichts. Ja, ich hab Diamanten. Da müssen diese Drecks-Villager gedingst werden. Stimmt. Oh mein Gott, da hab ich Bock drauf, ne? Rico hat sich irgendwer sich gemerkt... Irgendwer gemerkt... Das kann ich wirklich machen. Wo die waren? Fandri, du bist Aufschreiber, ne? Warum sollte ich die aufgeschrieben haben? Wir fanden das da auf Scheiße, die hast. Ich muss mich kurz an mein Gehirn erinnern, wo das war. Gehirn mal das Feld. Ja, warte, ich hab sogar so ne... Ja, ich hab's doch zerstört. Warte mal, ich muss ne neue Lagersortierung kurz erfüllen. Ja, mach du mal sonst. Also, das hier ist die... Das nehm ich mir alles und dann mach ich einfach so. Die Erde nehm ich mir. Und die kommt mir dann auch so. Außer nur Mittwoch. Nach Arjas machen Dropbox. Come on. Ja. Ja. Mann ey, Alter, aber geil. Wie er sagt, für deinen Scheiß Dinkt. Ich kann das alles nicht mehr mit dem... Bist du da barriert? Ja, so halb. Weil mein Ding kaputt gegangen ist. Okay. Mann, dieser dämliche... Am liebsten hätte ich noch mal... 10... Was ist denn jetzt dieses Herz des Meeres? Junge... Wie will das jetzt kommen dann machen? Junge... Nichts wahrscheinlich. Des Meeres... Vielleicht ne Verzauberung für diesen Dreizack oder so. Man kann es nur in verschiedenen Schätzen finden. Was bringt man? Junge... Die Kiste sieht da schlimmer aus als bevor wir lassen. Aquisators. Der einem Meereskraft verleiht. Diese sind unter Wasseratmung... Oh! Nachtsicht erhöht Abbaugeschwindigkeit im Meer. Oh, das hört sich sehr, sehr lecker an, Rico, ne? Nö. Ey, dann kannst du einfach unter Wasser... Wann braucht man denn im Meer ab? Du kannst einfach unter Wasser tauchen, solange du möchtest. Nachtsicht... Sehr leckern muss ich. Ich mach nur noch... Sag mal nur kurz, wann man so taucht halt und da lange bleiben muss auch. Wenn man unter Wasserhöhlen macht. Unter Wasserabenteuer. Also das ist logisch. Aha, okay. Also das machen wir so. Das Ding... Ich reparier das Feld fertig. Jakob? Mit ihm ist so anstrengend, ne? Oh nein. Jakob, bist du da? Als Verräter, Rico, brauchst gar nicht zu fragen. Wir haben aber so viele Kartoffeln. Warte ich sonst mal unsere Kartoffeln an. Ja, aber ich auch... Karotten lasse ich weg, weil Karotten sind scheiße. Nehmen wir mal auch Karotten. Wenn du welche hast. Ich hab nämlich keine einzigen. Für Pferde und sowas. Nein, was für Pferde? Für Pferde, Junge. Für eintauschen. Ich weiß nie, was die... Wolltene Karotten sind das beste Essen, glaube ich. Ja? Kann man die mit Goldabfall machen? Ja, so ein gutes auf jeden Fall. Wollt abgesagt. Tut mir doch leid. Ne Hühnerfarm wollten wir eigentlich auch machen. Das wäre mir jetzt hier zur Radikalmusik. Ja. Was soll ich gleich essen gehen, Rico? Äh... Glaub ich geh Burger King. Klassiker. Wir sind die Arterien verstopfen. Ja, ist so ein bisschen so... Was reinpumpen meinst du? Mach mal jetzt dein Bett hier hin. Mach mal dein Bett jetzt hier hin. Ich hab's nicht mehr, weil du mich gekillt hast. Wir haben Seiten gewechselt jetzt. Ja. Bissere Ehe-Streit. Ja, guck. Okay, jetzt geh ich offline. Wir machen morgen hier weiter. Ist zu bies. Wer hast du morgen Zeit? Wir schreiben einfach. Morgen ist Samstag, oder? Saturday, yes. Oh, ich bin morgen weg. What? With who? With Cousin? Nein. With who? Ach so, with girl? Ja. Oh shit, man. What time? Aber erst abends, weil ich hab kein Bock vorher. Oh, that's nice, that's nice. And we can play video games together. Like friends. Ey, Rico. Das war so ehrenlos, ne? Ich dachte wirklich, ich hab du verarscht. Und ich hab kurz überlegt... Sollte ich dich verarschen? Ich hab kurz überlegt, mit Hand zu schlagen, ne? Außerdem hast du mein Brot geklaut. Ein? Natürlich. Ich hab Brot reingetan. Das Fullstack Brot, Junge. Wow, du hast so ein bisschen Sortierung gelernt da oben. Ist gar nicht mal so schlecht, aber auch nicht gut. Mhm. Jetzt macht man zum Beispiel das bisschen länger ziehen. Und das kommt dann so. Ich würd' aber, glaub ich, sogar noch eine Troja oben drüber machen. Ne, Raman, ich kann nicht. Ja, da muss noch eine Troja hin auch. Dann würd' ich auch. Okay. So, ich geh jetzt offline. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.